Wir können nicht ewig so tun, als wäre das das Leben, das wir wollten. Wir hatten Pläne. Du hattest Pläne. Sieh uns an. Wir gaben uns der gleichen lächerlichen Illusion hin. Der Vorstellung, dass man sein Leben aufgeben muss. Das war eine Lüge. Ein Mann bekommt im Leben nur ein paar Chancen. Und ehe er sich's versieht, sitzt er da und fragt sich, wie er zweitklassig werden konnte. Man braucht Rückgrat, um so zu leben, wie man will. Nur weil ich sicher in deiner kleinen Falle sitze. Glaubst du, du könntest meine Gefühle manipulieren, wie es hier war? Du, in meiner Falle! Seit wann ist er so zwischen uns scheint? Der für den Oscar nominierte Leonardo DiCaprio. Wir können hier glücklich werden. Ich verspreche dir, ich mach dich hier glücklich. Alles wird gut. Die für den Oscar nominierte Kate Winslet. Wir müssen das gemeinsam durchstehen. Das ist unsere einzige Chance. Zeiten des Aufruhrs Wir können nicht ewig so tun, als wäre das das Leben, das wir wollten. Wir hatten Pläne. Du hattest Pläne. Ich weiß. Sieh uns an. Wir gaben uns der gleichen lächerlichen Illusion hin. Der Vorstellung, dass man sein Leben aufgeben muss. Das war eine Lüge. Ein Mann bekommt im Leben nur ein paar Chancen. Und ehe er sich's versieht, sitzt er da und fragt sich, wie er zweitklassig werden konnte. Man braucht Rückgrat, um so zu leben, wie man will. Nur weil ich sicher in deiner kleinen Falle sitze. Glaubst du, du könntest meine Gefühle manipulieren, wie es hier war? Du, in meiner Falle! Seit wann ist das so, Fischen und Fremd? Der für den Oscar nominierte Leonardo DiCaprio. Wir können hier glücklich werden. Ich verspreche dir, ich mach dich hier glücklich. Alles wird gut. Die für den Oscar nominierte Kate Winslet. Wir müssen das gemeinsam durchstehen. Das ist unsere einzige Chance. Zeiten des Aufruhrs Die für den Oscar nominierte Kate Winslet. Die für den Oscar nominierte Kate Winslet. ote